Hallo, ich bin die Sylvie, ich bin 29 Jahre jung und komme aus der Ostschweiz. Diese Möglichkeit mit Forever durfte ich im August 2015 durch eine alte Schulkollegin kennenlernen. Ich habe Ja gesagt, weil ich 500 Franken mehr verdienen wollte, damit ich mir meine Reisen einfach besser ermöglichen kann. Ich habe dann relativ bald für mich festgestellt, dass da noch mehr dahinter steckt, weil ich wollte auch Karriere machen. Vielleicht kennst du es auch, du absolvierst viele Weiterbildungen, hast viele Diplome zu Hause und du träumst von einem tollen Job und einem tollen Einkommen Ende Monat auf dem Konto. Ich habe dann für mich leider festgestellt, dass ich diese Möglichkeit auf dem klassischen Markt einfach nicht bekomme. Und hier habe ich ein Tool für mich gefunden, wie ich eben meine eigene Karriere machen kann, wie ich mehr Geld verdiene und gleichzeitig auch mehr Zeit gewinne. Und das hat sich für mich einfach sehr verändert, was ich dir sehr empfehlen kann, wenn du auch davon träumst, ein schönes Einkommen zu haben, aber trotzdem Zeit zu haben für deine Liebsten, deine Familie, für deine Hobbys und alles, was dir Spass macht. Oder du eben auch bezahlt reisen gehen möchtest. Weil ich durfte die ein oder andere Reise auf die Kosten von Forever oder meinem Coach bereits erleben. Und es macht einfach Spass, mir reisen zu gehen auf die Kosten von anderen. Und mein Ziel ist es einfach, möglichst viele Personen dabei zu unterstützen, dass sie mehr aus dem Leben machen können und eben für sich auch mehr Zeit und Geld gewinnen können. Deshalb sage ich dir, probiere es einfach aus, gib dir die Chance und ich wünsche ganz viel Erfolg dabei.